Hi, Servus, ich bin der Moritz. Ich bin der neue Studioleiter in PUR Fitness Alzenau seit September diesen Jahres. Ich komme aus dem PUR Fitness in Heimburg. Da habe ich gelernt. Einige kennen mich vielleicht auch von dort. Ich komme ursprünglich vom Basketball. Ich habe in meiner Jugend viel und intensives Hochleistungssport-Basketball betrieben. Ich habe das dann durch eine Verletzung beenden müssen und bin auch so genau zum Kraftsport gekommen. Ich habe da meine Leidenschaft entwickelt und bin dabei geblieben. Ich habe die Fitnesstrainer A-Lizenz. Zusätzlich bin ich B-Lizenz Ernährungscoach und habe sämtliche Rücken-, Physio-, Trainer-Lizenzen, die man alle dazu benötigt. Mein Lieblingstrainingsgerät, meine Lieblingstrainingsmöglichkeiten sind im freien Trainingsbereich. Das heißt, ich trainiere gerne mit dem eigenen Körpergewicht, sowohl als auch mit Langhanteln, Kurzhanteln, weil man da einfach ein sehr effektives, intensives Training für den ganzen Körper hat. Sämtliche Informationen, wenn ihr was wissen mögt, wenn ihr Anregungen habt, könnt ihr gerne jederzeit zu mir kommen. Ich freue mich auf alle Kritiken, ob sie positiv oder negativ sind. Ich freue mich darauf, auf neue Gesichter kennenzulernen, genauso wie aber auch alle alten Gesichter regelmäßig beim Training hier zu sehen. Bis zum nächsten Mal.